Heute sprechen wir über das Metaverse. Das fühlt sich gut an und was sie davon wegbringt, das fühlt sich nicht gut an. Und Produkte kaufen sie eigentlich dann, wenn sie der Meinung sind, dass es ihnen dabei hilft, zu diesem Ideal zu gelangen. Also entweder, wenn sie überhaupt erst durch ein Werkzeug zum Ideal gelangen können, dann kaufen sie sich so eins. Oder wenn das Werkzeug bzw. das Produkt ihnen dabei hilft, dass sie schneller oder einfacher an ihr Ziel kommen. Und jetzt hat der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ein neues Produkt vorgestellt und das nennt er das Metaverse. Und Meta ist ein Begriff, der zusammen mit einem Substantiv bedeutet, dass das Substantiv erhöht wird. Also es bringt das auf eine höhere Ebene oder eine Ebene dahinter. Also das Metaverse, das wäre dann sozusagen das höhere Universum. Und in diesem Universum sind die Ideale der Menschen sehr, sehr leicht erreichbar. Also man könnte sagen per Knopfdruck, aber es ist eigentlich noch einfacher, weil man nur noch swiped oder nur noch etwas berührt. Man muss nicht mal mehr die Kraft aufwenden, um einen Knopf zu drücken. Imagine, you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just got to find something to wear. All right, perfect. Oh, hey Mark. Hey, what's going on? Hi. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater. I met in L.A. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. Hey, you know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Wow. I knew you were bluffing. Hey, wait. Und man kann sein, wer man will. Man kann dort an dem Ort sein, wer man will. Die ganzen materiellen Bedürfnisse sind befriedigt und auch die soziale Wärme ist gegeben und das alles ohne Diskriminierung. Und das aber natürlich nur zum Scheinen. Und deswegen würde ich mal behaupten, Metaverse ist eigentlich ein Scam. Und zwar ein Scam in dem Sinn, dass die Probleme nicht tatsächlich gelöst sind, sondern dass man eine Illusion schafft, eine Hülle und dass die tatsächlichen Probleme in der echten Welt natürlich parallel dazu schlimmer werden. Also der materielle Wohlstand, der nimmt umso mehr ab in der Realität, je mehr Zeit ich im Metaverse verbringe. Und natürlich auch meine sozialen Kontakte, meine echten Bindungen leiden darunter, dass ich nur noch digital, also nur noch in einer virtuellen Welt unterwegs bin. Und auch ich selbst leide darunter, körperlich, psychisch. Also ich werde nicht tatsächlich der, der ich sein will, sondern erlebe das nur in einer Scheinwelt. Und dazu passend will ich mal ein Zitat von Friedrich Nietzsche vorlesen aus dem Buch Also sprach Zarathustra. Ihr werdet immer kleiner, ihr kleinen Leute. Ihr bröckelt ab, ihr Behaglichen. Ihr geht mir noch zugrunde, an euren vielen kleinen Tugenden, an eurem vielen kleinen Unterlassen, an eurer vielen Ergebungen. Zu viel schonend, zu viel nachgebend, so ist euer Erdreich. Aber dass ein Baum groß werde, dazu muss er um harte Felsen harte Wurzeln schlagen. Also die kleinen Leute, diese flüchten sich gerne vor Problemen und sie sind bereit, also Nietzsche hat das damals stark auf das Paradies bezogen, zum Beispiel sich in eine Paradiesvorstellung zu flüchten, in der dann alles gut ist und keine Probleme mehr existieren. Aber sich eben weigern, sich in der Realität, in der echten Welt, im Hier und Jetzt zu engagieren und ihre Probleme zu lösen und sich die wahre, also die reale Welt so einzurichten, dass es für sie eben schön ist. Also dass sie sich hier wohl fühlen. Und das macht eben der Baum, der wirklich groß wird, dass er um diese harten Felsen, das ist für mich, also der harte Fels etwas ganz Konkretes, Echtes, an dem man sich stoßen kann, dass er darum seine harten Wurzeln schlägt, also sich wirklich verankert in der echten Welt und gerade deswegen eben groß wird, weil er sich dieser echten Welt stellt und nicht flieht. Und jetzt kann man sich eben die Frage stellen, was könnte denn eine bessere Alternative sein zum Metaverse, zum Eskapismus? Und das ist aus meiner Sicht es sich so einzurichten in der realen Welt, dass es besser ist als in der Realitätsflucht. Zum Beispiel, wenn jemand wirklich einen tollen Körper haben will und ihn das motiviert, die Vorstellung, dass er wirklich muskulös ist oder einfach durchtrainiert ist oder vielleicht einfach an sich fit ist, seinen Körper bis zu einer Höchstleistung bringen kann und das erreicht, dann wird er natürlich das nicht ersetzen wollen durch eine Simulation. Die Simulation ist im Vergleich zu einem echten Erleben dann wenig wert. Oder jemand, der tatsächlich materiellen Wohlstand erreicht hat und in wirklich einer Villa lebt und sich dort eingerichtet hat, wie er es haben will, der wird wenig Begeisterung dafür finden, das im Metaverse nachzubauen und dann auf dieser Fake-Ebene zu erleben. Und jetzt ist ja die Frage, es geht ja darum, wirklich leidlos zu werden. Und dieses Leid entsteht ja eigentlich nur durch dieses Idealbild, das der Mensch in sich hat, mit dem er sich vergleicht. Deswegen kommen ja auch dann so die Buddhisten auf die Problemlösung, dass man eigentlich das Bild loswerden sollte, das heißt, das Ego loswerden sollte, dass der Wille eigentlich im Menschen verschwindet. Das war jetzt überhaupt nicht das, was Nietzsche vorgeschlagen hat, der eigentlich eher gemeint hat, nimm deinen Willen als Leitsatz, also orientiere dich daran, was du wirklich haben willst. Man muss das ja aber auch gar nicht so schwarz-weiß sehen. Also man kann ja das Ideal ruhig mal in Frage stellen, weil wenn das Ideal schlecht ist und das vielleicht fremdbestimmt ist und von jemand anderem kommt und mir einfach nur schadet, dann ist natürlich mein Leben extrem leidvoll, weil ich bewege mich auf das Ideal zu, aber es macht mich nicht wirklich glücklicher. Und tatsächlich ist ja so, dass alle Ziele, die erreicht werden sollen, dass sie eigentlich nur dazu dienen, einen Gefühlszustand zu erzeugen, den man wirklich haben will. Und in dem Sinne funktioniert das Metaverse, dass ich diesen Gefühlszustand simulieren kann, aber eben zu hohen Kosten, nämlich zu einem wahrscheinlich sehr schlechten Gefühlszustand auf Dauer in der echten Welt. Das heißt, man muss Wahrheitsfindung betreiben, indem man wirklich hinterfragt, wohin man her ist, ob das Ideal das tatsächlich eigene ist, ob man dort wirklich hin will, ob das der eigene Wille ist oder ob das vielleicht nur ein Konformitätsdruck ist oder ähnliches. Und wenn man sagt, ja, das will ich haben, ganz ehrlich, also auch ohne mich jetzt zu schämen zum Beispiel dafür, dass ich vielleicht viel Geld haben will, weil das irgendwie böse angesehen wird. Das will ich wirklich haben. Dann muss ich natürlich schauen, was bringt mich dorthin. Und daran scheitert es meistens, weil Wahrheitsfindung, also angenommen, ich wüsste komplett die Wahrheit, dann hätte ich keine Probleme, irgendetwas zu erreichen, weil ich einfach das mache, was ich tun muss. Oder ich sehe sofort, das lohnt sich eh nicht. Da habe ich die ganzen Nachteile nicht ausgewertet. Dann gehe ich gar nicht erst in die Richtung. Aber Wahrheitsfindung ist ein schmerzhafter Prozess in dem Sinne, dass man eine These aufstellt, diese dann Feedback erhält von der Realität oder vom echten Universum sozusagen und man natürlich häufiger scheitert als ins Schwarze trifft, zumindest am Anfang. Und dieses Negativ-Feedback, das ist das, was Menschen nicht so leicht aushalten und weswegen sie dann lieber diese Realitätsflucht betreiben. Deswegen schaffen das Menschen eigentlich in den allermeisten Gebieten nicht die Wahrheit wirklich zu erforschen und wirklich erfolgreich zu sein, zu so einem Maß, dass sie wirklich im Überfluss sind und sich wirklich gut fühlen, außer eben in diesen Bereichen, die ihnen wirklich wichtig sind. Das heißt, eigentlich in den Bereichen, in denen die Tätigkeit an sich schon einen großen Teil der Idealerfüllung ausmacht. Das heißt, jeder will bis zu einem gewissen Grad Geld haben und geht dafür arbeiten. Die meisten leiden aber extrem unter ihrer Arbeit, weil sie die Arbeit an sich gar nicht machen wollen. Sie wollen nur das Resultat. Und dann wird es natürlich sehr schmerzhaft. Aber angenommen, man findet das, was man auch wirklich tun will. Und allein das zu tun und in die Welt zu tragen, ist schon erfüllend. Und dann kriegt man aber auch noch dieses positive Feedback in Form von Geld oder Zuspruch, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Status. Dann wird es leicht. Dann wird es relativ leicht, weil diese Rückschläge, die fühlen sich ja nicht mehr so schlimm an. Also die sind nicht so, weil man hat auch mehr Energiereserven, weil man sich eben wenig zwingen muss den Tag über. Deswegen kann man Rückschläge gut aushalten. Und dieses sich Stellen der Realität und den Rückschlägen, das macht aber die Wahrheitsfindung aus und das macht stärker sozusagen. Man kann mehr sehen. Man kann Realität mehr konfrontieren. Es ist ja auch so, dass es immer nur stückchenweise geht. Diese Realitätsflucht scheint ja wirklich zum Menschen zu gehören. Also den Tag über, da ist es hell, da können wir gut sehen. Dann nehmen wir Realität wahr. Wie sind unsere Lebensumstände? In der Nacht ist es dunkel und wir träumen uns weg. Wir sind nicht in der Realität. Das scheint uns irgendwie wieder aufzubauen, also Reserven irgendwie zu füllen. Und man merkt das, wenn Menschen zu sehr mit zu traumatischen Dingen konfrontiert sind, dass sie dann in die Introversion rutschen. Also nicht mehr gut nach außen blicken können, sondern eigentlich eher in der Fantasie leben. Das darf man nicht übertreiben. Und das ist für mich so der Weg, der einzige Weg, der wirklich funktionieren kann, ist wirklich sich selbst zu verstehen, wer man ist, was man wirklich machen will, was man für wirklich gut hält und dem nachzugehen. Und dann sich natürlich Herausforderungen zu stellen. Und das ist dann aber nicht mehr so ein großes Problem, weil es sich an sich sinnvoll anfühlt. Und dann eben zu einem Punkt zu kommen, wo man wirklich auch in materiellen Überfluss kommt. Also wirklich diese, ja aus spiritueller Sicht würden das vielleicht manche als banal bezeichnen, aber wirklich auch so lebt, auf materieller Sicht, wie man das haben will und die Leute um sich hat, die man haben will, also artgerecht sozusagen sich eingerichtet hat und dann einfach in einem Überfluss ist, sodass man, dass diese Realitätsflucht, diese virtuelle Realität eigentlich im Vergleich nichtig erscheint. Bis zum nächsten Mal.